halli hallo lucius raccoon hier mit einer neuen folge minecraft so nach meiner letztlich unglaublich dummen aktion vom letzten mal scheint jetzt erstmal alles sich befrucht zu haben und das erste was wir jetzt mal machen ist hier wir haben ja eisen gefunden so und jetzt warten wir einfach nee wir können schon mal ein bisschen was vorbereiten kohle und kohle machen wir erst mal das koral weg minderwertig so und so lange schlafe ich eine runde so was wir da kommt doch eins rein das war so dumm warum habe ich da was reingelassen so schauen wir uns um da unter dem baum schild ein zombie eine spinne ich sehe schon sehr gut best company da brennen sie hey das sind doch leichte kills die holen wir uns noch schnell nicht mehr gelaufen bleibst du da haben sie auch was zu fallen gelassen ja ich habe was gehört es hat clock clock gemacht sehr gut einfache einfänge einfache einfänge da unten ist das sind mehrere creeper was wollte ich denn jetzt eigentlich hier draußen während das eisen da brutzelt oh nein danke schön so ich mache ich dann hühnerstall draus habe ich den sound da nein schade das war jetzt einfach so schön drin habe ich nicht auch mal ich weiß gar nicht hatte ich nicht auch schon mal kühl gesehen wuffel weiß ich schweinchen weiß ich auch aber wie war es denn mit so eine kuh nee das sind dinge also sind das viele creeper nehmen wir mal den bogen zur hand würde ich sagen was hat das letzte mal nicht so gut funktioniert das ist ja zwei ach getroffen getroffen hühnchen gehen wir kurz aus dem weg das ist gefährlich was ich hier mache nein daneben nein daneben jetzt habe ich keine pfeile mehr das finde ich jetzt hier nicht so so spaßig blöde creeper laufen wir mal hin na super das war toll ich dachte ich kann ihn einfach so weg holzen irgendwie ok entschuldigung ich sehe schon dumme aktion nummer wir wollen es gar nicht mehr zählen sagen wir alles ein ich sehe schon hardcore modus willkommen wir sind vorbereitet wo man sofort tot ist und wieder ein loch in der landschaft da ist noch einer ok also so einfach geht das leider nicht mhm ich bekämpfe einen creeper musste mein schwert da ist mein schwert sehr gut ich das schwert überhaupt ausgerüstet ja ich glaube schon ja mit feinbogen was besser so da lahm können wir kurz gucken wie weit das eisen ist weil ich glaube dann bei euch als nächstes erst mal ein größeres feld ich meine klar wenn wir dort sterben haben auch nicht hunger so jetzt kommen wir ins eisen zeit alter wobei viel machen wo ich viel machen werden wir sowieso nicht können einmal ist mir jetzt ganz wichtig endlich und eine schere möchte ich auch machen sehr gut noch alles ja gut alles was das eisen ist ich sehe schon eisen 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 kann man auch schon machen und iron bars ist vielleicht cooler ist diese holzdinger die wir iron nugget wozu braucht man denn das naja ja helm rüstung schwert ist auch besser im vergleich 56 klingt besser sondern noch acht blöcke da muss ich mir mal überlegen was ich damit macht so ja dann holen wir uns doch jetzt einfach erst mal ein bisschen wasser würde ich sagen wasser 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 springe ich da wieder runter ich glaube immer muss ich mir meine treppe runter machen aber wir gehen einfach dahin wir können doch das ist nicht drin das ist drin ist auch cool das wasser liegt ein bisschen höher ach guck mal da ist auch so eine kleine hülle vielleicht gehen wir da mal rein so okay gleich neues rezept bekommen sehr gut wir haben ja echt nur schafe und ach guck mal da dreht sich noch ein knöchelchen wann der andere creeper ist der zweck sehr gut kühl hätte ich noch gern aber ich mittlerweile gehört habe das leder so so wahnsinnig wichtig ist und es gibt auch eine leder rüstung so wir haben wasser da wisst ihr was ja genau ich gehe jetzt die ganze zeit hoch und runter das ist perfekt ich würde was sagen okay ich hole mal schnell noch mein werkzeug das habe ich nämlich nicht dabei doch ich habe es dabei sehr gut weiß ich wieder voll bescheid dann würde ich sagen wir tun doch mal ein grundlegendes feld anlegen machen jetzt da unten habe ich einfach mehr platz soll auch nichts fixes werden sondern einfach mal damit wir eine gewisse grundversorgung haben das hat nicht gerecht egal wir machen es einfach mal hierhin das gras weg hoch der linie da liegen ja noch sachen von mir ein bisschen rasen ein unordentlicher kerl hier so sehr gut habe ich eine schaufel dabei gut für einen erdblock braucht man es nicht unbedingt machen wir es einfach hierhin wenn ich es eins tiefer macht dann könnte ich natürlich hier ist doch erstmal eine schöne stelle wo war da eigentlich der spawnpunkt der war auch hier irgendwo ne da muss ich aber schon ganz schön weit zum feld laufen ja wir haben halt schön platz das ist der nachteil wenn man hier auf dem berg oder wie war es denn hier oben ne da möchte ich mich vielleicht doch so langsam ein bisschen gestalterisch ausleben okay ist jetzt mal egal ich mache jetzt hier mal unsere wasser stelle aber wie ist das wenn du wenn ich jetzt anfangen dann müssten die doch alle bewässert werden ne wie weit ging das vier felder ich glaube vier geht das geht auf jeden fall noch was ist mit dem das gleich geht das so stern für mich ich mache jetzt einfach mal probeweise ein paar bombs sehr gut haben natürlich auch keine zweite dabei so die bewässerten die können wir ja auf jeden fall schon mal bepflanzen also das klappt noch das müsste ja nicht auch wird das auch bewässert werden äh wenn der schon was drauf ist das vermute ich nicht mehr wahrscheinlich ich weiß nicht ob berechnete diagonalen äh keins mehr man weiß ich was so da muss ich mir nämlich überhaupt keine gedanken drüber machen machen wir einfach mal die vier so okay ich brauche auf jeden fall noch mal eine eine so eine hacke ach wisst ihr was was soll der geiz ich bin jetzt äh was mache ich denn da oh und was ist das oh gut das sieht ja cool aus war jetzt aber nicht der plan ich wollte einfach nur bretter haben ding 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 so äh jetzt darfst du hochgehen kein bock nein das wird voll gras habe ich überbaut oh je so und jetzt ich mache jetzt aber auch grad einen scheiß ne so ich will doch nur ein stecken 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 okay die reichen erstmal machen wir einfach mal so die machen wir jetzt aber auch auf stein ja das hat sich jetzt wieder hier gelohnt das ganze rohstoff zeug da rein zu stopfen achso bin ja auch doof ich habe ja jetzt auch grad gar nichts mehr zum anpflanzen hier sind ein paar fertig ne war das das richtige oder war es noch nicht fertig das da hinten ist fertig ah okay ja egal das das mache ich jetzt dann sowieso weg so wir wir können ja erstmal das pflanzen was wir haben und dann werde ich sowieso erstmal wieder einen Zaun drumrum machen ich habe immer Angst dass mir das alles zusammengetrampelt wird aber ich glaube die tiere tun es ja nicht einfach wegfressen 1 2 3 4 okay die dürften sowieso nicht mehr so dann machen wir das mal so so okay haben wir alles hier bedingst dann tun wir hier ah ok sowas mehr habe ich sowieso grad nicht ja so ein Eimer ist jetzt hier schon eine Errungenschaft würde ich mal sagen so ja braucht man jetzt dann Zaun oder nicht das ist die Frage bin da immer so ein bisschen schissrig nein dieser dieser Block hier da hinten guckt dieses graue das hier so da steht ein Skelett jetzt wird ja auch schon wieder dunkel 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 so haben wir jetzt eigentlich Korn doch ich habe ich habe Getreide eingesammelt also ich habe doch das Richtige ach der Mond wie schön das Richtige eingesammelt ja wie gesagt das das machen wir dann auch hier weg machen wir da unten lieber was ordentliches ein bisschen was Größeres gut müssen wir halt ein paar mal runterlatschen aber können wir eigentlich den Zaun schon mal hier abbauen beziehungsweise müssen ich bin mir eben nicht sicher brauchen wir den Zaun aber wenn dann die Tiere durchlatschen ich weiß es nicht wobei eigentlich ne aber wisst ihr was wir noch machen auf jeden Fall so wir bauen da auf jeden Fall mal jeweils eine Fackel hin keine Ahnung wie weit die reichen damit es eben auch nachts wächst ich will jetzt einfach mal so verteilen ohne dass ich irgendeine Ahnung habe ob das so passt oder nicht Moment ich habe gerade gesehen ich habe noch mal ein paar Körnchen so gut wird schon passen da gibt es bestimmt auch irgendwelche Regeln wie Fackeln wann sie was bringen wann nicht na da wächst es zumindest schon gut wir können auch oh oh das sind schon Spinnen schnell weg schnell in unser Häuschen Kripa ist da sehr gut Wuff den Wuffi könnten wir uns doch mal holen so ja das war doch mal ein Tageswerk wobei hier schon schön ist dass man das Feld sieht ja ich dieses Haus muss auch irgendwann mal weg jo ich hoffe euch hat es gefallen war mal ein bisschen kürzer aber immerhin ich habe heute mehr geschafft als in manch anderer Folge das finde ich verdient doch ein Däumchen hoch oder ein Abo vielleicht damit ihr weiter seht was ich noch Tolles mache irgendwann mache ich was Tolles bestimmt also dann bye bye knister 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 ja 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 ja